Hi Leute, ich bin's Riggi und ich will auch gar nicht lange schnacken, denn heute geht's um ein richtig, richtig wichtiges Thema und ich will euch kurz dazu informieren. Und zwar geht's um Artikel 13 und 11. Alle Videos dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Jeder, der sich damit befasst hat, weiß um was es geht, denn es wurde jetzt schon mittlerweile totgeredet auf YouTube. Für die, die es nicht wissen, Artikel 11 und 13, neue Datenschutzgesetze. Unsere Datenschutzgesetze sind nämlich schon 20 Jahre alt und ihr könnt euch vorstellen, dass das dann ein bisschen verjährt ist. So, was sagt das jetzt für uns, Artikel 11 und 13? Also, das ist absolut nichts Positives, was da mittlerweile sogar schon durch ist im EU-Parlament. Es wird nochmal eine Abstimmung dazu geben, aber es sieht nicht so gut aus, da seit neuestem Stand dieser Artikel nochmal verschärft wurde. Diese Artikel besagen, dass das Urheberrecht bzw. der Datenschutz für Künstler eigentlich verbessert werden soll. Aber es ist eigentlich das genaue Gegenteil, denn kleineren Künstlern ist keine Plattform mehr geboten. Das heißt, auch uns zum Beispiel nicht. Die Kriterien dafür, was man erfüllen muss, um weiterhin Content hochzuladen, findet man ebenfalls in den verlinkten Sachen, die wir euch in die Beschreibung packen. Also, was wäre dann das Problem für uns? Haben wir ein Logo in unserem Video oder irgendein Zitat, wird das nach einem Auswahlverfahren eines Algorithmus analysiert. Das heißt, bei der Musik gibt's das schon und das funktioniert eigentlich ganz gut. Das heißt, ich lade ein Video hoch und da ist halt, keine Ahnung, hier Maroon 5 Sugar drin, so. Dann erkennt der Algorithmus das und sagt, alter Boy, das Ding, das ist lizenziert, das ist nicht geil, ihr habt keine Rechte dafür. Entweder wird dann unser Video demonetarisiert oder monetarisiert. Da wir eh noch keine Werbung schalten, wäre das jetzt nicht kritisch, aber theoretisch würde dann der Künstler das Geld erhalten oder unser Video würde gestrikt werden. Das YouTube-Strike-System sollte ja eigentlich jedem bekannt sein. So, was passiert jetzt, wenn Artikel 11 oder 13 eintreten? Dann würde dasselbe mit Zitaten, Logos und allem möglichen Shit passieren, der irgendwie patentiert oder lizenziert ist. Das heißt, man hätte überhaupt keine Chance mehr, ein Video vernünftig hochzuladen. Denn wie zur Hölle soll ein beschissener Algorithmus darüber entscheiden, ob unser Zitat, was wir gerade gesagt haben, auch wirklich ein Zitat ist? Also, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ey, du Nutte, dann sagt der Algorithmus, ey, hier, Farid Bang hat das auch mal gesagt und hat sich das lizenzieren lassen. Ja, ist scheiße, das heißt, das Video, nö. Und das Problem dabei ist, dass wir in dem Sinne nicht mal wirklich dafür haften, sondern die Plattform, das heißt YouTube in dem Sinne. Und YouTube hat gesagt, beziehungsweise der CEO, okay, wenn das in der EU durchgesetzt wird, dann werden wir den Dienst einstellen. Ich weiß nicht, ob das immer noch aktuell ist, aber ich kann es mir schon vorstellen. Das ist wirtschaftlich nicht wirklich gut für YouTube, beziehungsweise auch für Instagram, etc. Es geht ja hier darum, dass alle Logos, beziehungsweise generell alles gefiltert wird. Das ist eine Massenzensur. Und damit haben wir, beziehungsweise ich, ein ziemlich großes Problem, denn das nimmt uns die Freiheit des Internets. Wir leben im beschissenen 21. Jahrhundert. Ja, das Internet ist ein ziemlich großer Teil unseres Lebens und mittlerweile wahrscheinlich auch eins unserer Eltern, vielleicht auch von manchen Großeltern. Und unsere Kinder sollen doch auch damit aufwachsen, und zwar positiv. Deswegen frage ich mich, wieso entscheiden diese, Entschuldigung für den Ausdruck, Rentner im Bundestag denn über unsere Zukunft, die eigentlich überhaupt keinen Plan davon haben, was da abgeht. Angela Merkel hat vor ein paar Jahren gesagt, dass das Internet für sie Neuland ist und dann erlässt sie solche Gesetze, weil sie sagt, ey, Frankreich will das auch, wieso machen wir das eigentlich nicht? Und bricht dabei noch ein Koalitionsvertrag, weil die SPD gesagt hat, nee, wir stehen da jetzt eigentlich nicht so drauf und die Merkel hat gesagt, ja, ist mir scheißegal, wir machen das trotzdem. So, das ist die Lage. Das heißt, kleinere Künstler sind gefickt und können nichts mehr hochladen, beziehungsweise YouTube macht dicht, Instagram macht dicht, was weiß ich wer macht dicht, weil keiner Bock hat, die Scheiße zu zahlen, weil es echt sinnlos ist und wirtschaftlich überhaupt nicht gut ist für YouTube. Weil es teurer wird, umso mehr Leute irgendwas hochladen und auch diese Upload-Filter beschissen teuer sind. So, wir packen euch jetzt in die Beschreibung ein paar schöne Sachen. Die Petition ist ja mittlerweile schon durch, das heißt, es wurden ziemlich viele Stimmen gegen diesen Artikel, beziehungsweise diese beiden Artikel gesammelt. Und das wurde hier von dieser SPD-Tante, wie heißt sie, Barley, Andrea Barley, Anne, ach, keine Ahnung, die ist ebenfalls gegen Artikel 13 und 11, aber hat anscheinend kein Gehör gefunden. Es gibt auch sehr viele EU-Abgeordnete, die dagegen waren, aber trotzdem hat sich dieser Untermensch namens Axel Voss durchgesetzt, der übrigens auch keine Ahnung hat und immer noch behauptet, dass nirgendwo die Rede von Upload-Filtern etc. war. Der Typ kennt anscheinend nicht mal die eigenen Sachen, die er gemacht hat und das finde ich echt scheiße. Der Typ ist 100% schon 50+, vielleicht auch schon 60+, und hat nicht mal eine Ahnung, was ein Meme ist, ja. Wie kann man denn dann über das Internet entscheiden und über Urheberrecht? Die Leute kennen sich weder mit YouTube, noch mit Twitter, noch mit Facebook, noch mit irgendwas anderem aus. Und das kotzt mich persönlich ziemlich an, dass die dann denken, sie könnten entscheiden, was damit passiert. Vor allen Dingen wir, die Jugend, sollten doch irgendwie ein bisschen mindestens darüber entscheiden können, was damit passiert. Ich meine, klar, ich gönne es den Künstlern, wenn ihr Urheberrecht verstärkt wird und sie besser dafür ausgezahlt werden, aber was bringt es mir denn, wenn ich dadurch keine Plattform mehr habe? Deswegen würde ich euch bitten, tut was dagegen. Wir bieten euch Möglichkeiten in der Beschreibung an, wie ihr dagegen vorgehen könnt. Ruft die Abgeordneten von eurem Landtag an. Das könnt ihr machen, ihr könnt in E-Mails schreiben. Die Politiker sind doch für uns da, haben sie doch selber gesagt. Die Jugend ist unsere Zukunft. Also, beschwert euch, Leute. Es sind Proteste überall, Demonstrationen an verschiedenen Terminen. Hashtag Save Your Internet, alles Twitter, checkt alles aus. Das 23. März in Berlin, in München, überall fette Demos zu dem Thema. Ich kann euch nur sagen, habt mal den Arsch in der Hose, bewegt mal euren sexy Hintern auf und geht raus und tut mal was für eure Zukunft. Denn, wenn ihr zu Hause rumsitzt vom Rechner und sagt, ja, finde ich scheiße, reicht das nicht. Ihr müsst rausgehen, Leute. Wofür haben wir die Möglichkeit? Wofür haben wir diese, ich sag mal in Anführungszeichen, Demokratie, die in diesem Sinne ja leider nicht beachtet wurde, meiner Meinung nach. Wir können uns dagegen auflehnen. Wir können aktiv was dagegen tun. Und ich gehe nicht mit diesem Hashtag nie wieder CDU, weil der mir einfach nicht gefällt. Denn es gibt sicherlich Politiker in der CDU, die ebenfalls was dagegen haben, aber einfach durch die Mehrheitsvotums nicht angehört werden. Es ist auch keine Lösung, die AfD zu wählen, Leute. Das wollte ich euch hiermit auch nur nochmal mitteilen. Denn diese Partei bietet ungefähr nichts, was irgendeine Alternative für irgendwas ist, sondern das ist eigentlich eine Gülle in dem Parteiprogramm. Was ich euch empfehlen kann, ich will niemanden bei den Wählern reinreden, aber schaut euch die Parteiprogramme von den Linken an, von den Grünen auch unter anderem. Vor allen Dingen von den Piraten bitte. Die haben eine sehr gute Meinung zu diesem Thema, Artikel 13 etc. Schaut euch auch das Parteiprogramm von die Partei an. Es ist zwar nicht immer ganz ernst gemeint, aber die Grundwerte, die stimmen schon ganz gut. Ja, die CDU zu wählen wäre in dem Fall vielleicht wirklich ein Fehler, weil die Mehrheit wirklich für Artikel 13 ist. Und naja, ich muss sagen, ich fühle mich durch keine Partei wirklich vertreten, was echt schade ist. Und vielleicht können wir in der Zukunft zusammen irgendwann mal was organisieren, damit Deutschland sich endlich auch mal für seine Jugend einsetzt. Wir haben kein gutes Internet in Deutschland, wir liegen ziemlich weit zurück. Und technologisch sind wir teilweise auch etwas hinter anderen Ländern. Und das ist echt schade, weil das Internet ist schon seit Ewigkeiten kein Neuland mehr. Und naja, ich danke euch, dass ihr bis hierhin zugehört habt, hoffentlich. Und wie gesagt, tut was dagegen. Save your Internet, Leute. Ich bin raus. Haut rein. Wir sind keine Bots. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.